Chaos 2 ist ein US-amerikanischer Animationsfilm, der am 28. Juli 2011 erschien und von Pixar produziert wurde. Er stellt die Fortsetzung des 2006 erschien Films Chaos dar. Im Film reisen das Rennauto Lightning McQueen und sein Freund Hook der Abschleppwagen nach Japan und Europa, um am World Grand Prix teilzunehmen. Jedoch wird Hook vom britischen Geheimdienst mit einem amerikanischen Agenten verwechselt. John Lasseter führte Regie, während Brad Luiz co-Regisseur war. Außerdem war Chaos 2 seit dem originalen Chaos der erste Film, in dem John Lasseter wieder Regie führte. Der Film wurde von Walt Disney Pictures verlegt und erschien in den Vereinigten Staaten am 24. Juni 2011. Er wurde bereits 2008 für 2012 unter anderem zusammen mit Oben angekündigt und ist bereits der 12. animierte Film aus diesem Studio. Handlung Nachdem Lightning McQueen zum vierten Mal den Piston Cup gewonnen hat, kehrt er in die kleine Stadt Radiator Springs zurück. Miles Axelrod, ein ehemaliger Öl-Tycoon, berichtet im Fernsehen von seinem Umbau in ein Elektrofahrzeug und wirbt für umweltfreundliche Energie. Zu diesem Zweck ruft er den ersten World Grand Prix ins Leben, wo die Autos mit dem von ihm entwickelten umweltfreundlichen Alinol-Treibstoff angetrieben werden. Obwohl Lightning McQueen die Teilnahme zunächst ablehnt, sagt er aufgrund der Provokationen des italienischen Formel-1-Rennwagens Francesco Bernoulli doch zu. Währenddessen bohren unzählige Gurkenautos unter der Leitung von Professor Zyntep und einem unbekannten Anführer im Meer nach Erdöl, nachdem sie auf das größte Ölfeld der Welt gestoßen sind. Zynteps Plan ist es, die mit Alinol betankten Autos des World Grand Prix mithilfe einer als Fernsehkamera getarnten Strahlenkanone zu entzünden, um Alinol als gefährlich darzustellen und sich so die Profite aus dem Ölfeld zu sichern. Das erste Rennen des World Grand Prix findet in Tokio statt. Der britische Agent Finn MC Missile und seine Gehilfin Holley Shiftwell versuchen das Komplott aufzudecken und wollen zu diesem Zweck während des Rennens den amerikanischen Informanten Rod Redline zu einer Übergabe von Beweismitteln treffen. Redline wird jedoch von Zynteps Handlangern gefangen genommen, schafft es jedoch, Hook die Beweismittel unterzuschieben. Finn MC Missile und Holley Shiftwell werden so zu Hook geführt, den sie mit Redline verwechseln. Über den Teamfunk von Lightning MC Queens Team nehmen sie Kontakt zu ihm auf und lotsen ihn aus der Boxweg. Daraufhin und aufgrund MC Queens Beschwerden über Hooks Verhalten während der Willkommensparty am Tag zuvor kommt es zum Zerwürfnis mit Hook, welcher enttäuscht die Heimreiseantritt. Das zweite Rennen des Grand Prix findet in Italien statt, wo gleichzeitig ein Treffen der Gurken unter Professor Zyntep stattfindet. Hook wird von MC Missile und Shiftwell eingeschleust, um Informationen zu sammeln. Während des Rennens setzen die Gurken ihre Kanone ein und treffen den Großteil der Teilnehmer. Als nun die vermeintliche Gefahr des Alinol-Kreibstoffs bekannt wird, erklärt Axel Roth während des letzten Rennens in London darauf zu verzichten. Lightning McQueen beschließt jedoch, nachdem er das Rennen gewonnen hat, trotzdem mit Alinol zu fahren und gibt dies in einem Fernsehinterview bekannt. Daraufhin beschließen die Gurken, McQueen im letzten Rennen mit der Kanone anzugreifen. Als er dies hört, fliegt Hooks Tarnung auf und wird gemeinsam mit Finn MC Missile und Holly Shiftwell gefangen genommen. Hook hat einen Traum, der ihm sein Verhalten aus der Sichtweise anderer zeigt und wacht daraufhin im Big Bentley in London auf, wo MC Missile und Shiftwell an die Zahnräder des Uhrwerks gefesselt sind. Er kann sich befreien und macht sich auf, um seine Freunde vor einer Bombe in MC Queens Box zu warnen. Nicht wissend, dass die Gurken die Bombe an seinem Kühler befestigt haben. Während des Rennens versuchen die Gurken, McQueen mit der Kanone abzuschießen, welche jedoch keinen Effekt auf ihn zeigt. Daraufhin beschließen sie, McQueen und Hook zu verfolgen und zu töten, was jedoch von MC Missile, Shiftwell und MC Queens Freunden verhindert wird. Als sie schließlich Professor Zyntep gefangen nehmen können, offenbart dieser, dass nur der Erbauer der Bombe diese durch seine Stimme wieder deaktivieren könne. Hook findet heraus, dass Miles Axelrod der geheime Kopf der Verschwörung ist und konfrontiert ihn damit. Hook erkannte ihn durch ein Foto seiner Motorumbauten. Axelrod bestreitet die Anschuldigungen zunächst, deaktiviert jedoch kurz vor Ablauf des Countdowns die Bombe und gesteht damit die Tat. Als Dank für die Aufdeckung der Verschwörung wird Hook bald darauf von der Queen zum Ritter geschlagen und kehrt mit seinen Freunden nach Radiator Springs zurück, wo sie den inoffiziellen Radiator Springs Grand Prix veranstalten. Zum Schluss wird aufgeklärt, warum die Strahlenkanone keinen Einfluss auf McQueen hatte. Sein Team hatte das Alinol heimlich gegen richtiges Biobenzin ausgetauscht. Kritik Laut Rottentil Matos wurde der Film mit 38% positiven Kritiken bei einem durchschnittlichen Rating von 5,5 von 10 eher mittelmäßig bis schlecht bewertet. Synchronisation Die deutsche Synchronisation entstand nach einem Dialogbuch von Benedikt Rabanus unter seiner Dialogregie im Auftrag der Film- und Fernsehsynchron. Fortsetzung Eine Fortsetzung wurde von Pixar für den 16. Juni 2017 angekündigt. Trivia Der Vorfilm ist ein Toy Storytun namens Urlaub auf Hawaii. Im Film ist die Spitze des Eiffeltuns eine Zündketze, während der Bogen einem Speichenrad nachempfunden ist. Der Big Ben heißt im Film Big Bentley. Die von YouTube bekannte Katrin Fricke hat mehrere Statistensprechrollen im Film. Ursprünglich sollte Finn M.C. Missile, der Geheimagent, bereits im ersten Film-Kaos erscheinen, in einer geplanten Szene, die aber nicht umgesetzt wurde. Lightning McQueen und Sally sollten in ein Drive-in-Kino fahren, in dem ein James-Bond-artiger Film über einen Geheimagenten namens Finn M.C. Missile laufen sollte. Die Figur des Schiffs Krabby basiert auf dem real existierenden Schiff Northwestern, bekannt aus der Dokuserie Der gefährlichste Job Alaskas. In der Originalfassung des Films wurde Krabby vom Kapitän des Schiffs, S.G. Hansen, synchronisiert. Die Wachschiffe bei den Boerinseln basieren auf einem Littoral-Combat-Ship der Independence-Klasse, einem neuen Schiffstyp der US Navy. Der britische Geheimagent M.C. Missile wird in der deutschen Synchronisation vom Sprecher des aktuellen James-Bond-Darsteller Daniel Craig, Dietmar Wunder, gesprochen. Die im Film deutlich als Saporosches erkennbaren Charaktere werden im Verlauf der Handlung von den anderen Protagonisten als Moskwitze identifiziert. Was auf die ebenfalls aus der früheren Sowjetunion stammenden Moskwitsch-Typen Bezug nimmt. Die jeweiligen Herstellerwerke hatten aber über die im früheren Ostblock und speziell auch innerhalb des sowjetischen Staatssystems bestehenden, üblichen politisch-wirtschaftlichen Verflechtungen hinaus keine echten Verbindungen zueinander. Gemeinsamkeiten zwischen den zeitgenössischen Baureihen der beiden Hersteller SAS aus dem ukrainischen Saporischia und AZLK aus dem russischen Moskau bestehen weder optisch noch konzeptionell, sondern sie beschränken sich eigentlich nur auf das Herkunftsland Sowjetunion. Wir sehen uns beim nächsten Mal.